Die Verstärkung. Wohin? Die botanischen Gärten. Da sind die ältesten Pflanzen Gothams. Sie verraten mir, was wir tun müssen. Cash, das Rolltor öffnet sich nicht. Was ist los? Da draußen ist ein verdammt dicker Panzer unterwegs. Sieht unfreundlich aus. Ganz wie ich. Öffnen Sie das Rolltor und ich scanne ihn vom Dach. Vielleicht finde ich eine Schwachstelle. Ich mache auf. Lass dich nicht umbringen. Da ist der Panzer. Ich muss seine Hülle scannen, um eine Schwachstelle zu finden. Auf diese Entfernung muss ich zum Scannen auf das Ziel zoomen und fokussieren. Die Rückseite ist gescannt. Jetzt muss ich die Seiten scannen. Du hast hart gekämpft, Ben. Aber deine Suche nach dem Cloudburst steht noch ganz am Anfang. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Den Bereich habe ich schon analysiert. Damit wäre die rechte Seite gescannt. Nur noch die linke Seite scannen. Ich habe diesen Bereich bereits analysiert. Die Cobra-Drohle würde das Batmobil nach ein paar Schüssen und Stücke reißen. Und ihre Panzerung kann von den Waffen des Batmobils nicht durchdrungen werden. Sie hat aber eine Schwachstelle. Der hintere Auspuffstutzen führt direkt zur Energiequelle. Ein gut platzierter Schuss mit dem 60-Millimeter-Geschutz sollte sie ausschalten. Das ist ein guter Auspuffstum. Der hintere Auspuffstum. Das ist eine gute Auspuffstum. Das ist eine gute Auspuffstum. Der gilt noch eine Art und eine Anfuffstum. Der gilt noch einzuschland. Der gilt noch ein paar Schuss auszure. Das ist keine Auspuffstum. Der gilt noch eine Auspuffstum. Der gilt noch ein paar Schuss-Zummen. Der gilt noch eine Gläubige Waffen zu vertrejenen. Das ist ein gott, weil wir uns bei dem Pikierkamen vertreten sind. Auf dem Radar kann ich die Drohne verfolgen, damit ich die Auspuffstutzen von hinten anvisieren kann. Ich habe die Drohne verfolgen, damit ich die Drohne verfolgen, damit ich die Drohne verfolgen. Ich habe die Drohne verfolgen, damit ich die Drohne verfolgen, damit ich die Drohne verfolgen. Ich hoffe, der Panzer hat Ihnen keine Probleme bereitet. Ich dachte, es würde Sie interessieren, dass das angeforderte Batmobile-Upgrade beim Uhrenturm auf den Einbau wartet, falls der Wagen überhaupt noch ganz ist natürlich. Danke, Lucius. Danke, Lucius.